Jules Verne – Die geheimnißvolle Insel Erster Theil – Die Schiffbrüchigen des Luftmeers Neuntes Kapitel Mit wenigen Worten erfuhren Gedeon Spilett, Harbert und Nab den betrübenden Zufall. Bei den schweren Folgen, welche dieser, wenigstens nach Pencroffs Meinung, haben konnte, machte derselbe doch auf die Gefährten des wackeren Seemanns einen sehr verschiedenen Eindruck. Über der Freude, seinen Herrn wiedergefunden zu haben, hörte Nab entweder gar nicht oder schien doch keine Luft zu haben, sich wegen der Worte Pencroffs Sorgen zu machen. Harbert teilte bis zu einem gewissen Grade die Befürchtungen des Seemanns. Der Reporter endlich antwortete Pencroff hingeworfen, »Meine treue Pencroff, das ist mir ganz gleichgültig.« »Ich wiederhole Ihnen aber, daß wir kein Feuer mehr haben.« »Was soll das sagen?« »Und daß wir keins wieder anzünden können.« »Bah! »Aber Mr. Spilett!« »Nun ist denn Cyrus nicht da,« fiel ihm der Reporter ins Wort. »Lebt er etwa nicht, unser Ingenieur? Er wird schon Mittel finden, uns Feuer zu verschaffen.« »Und womit und woraus?« »Mit und aus nichts.« Was antwortete Pencroff hierauf? Er antwortete eben gar nicht, denn im Grunde teilte er das Vertrauen seiner Genossen zu Cyrus Smith. Der Ingenieur bildete für sie eine Welt im Kleinen, ein Konglomerat aller menschlichen Einsicht und Weisheit. Sich mit Cyrus auf einer Wüsteninsel zu befinden, war dasselbe als ohne ihn in der gewerbfleißigsten Stadt der Union zu sein. Mit ihm konnte es an nichts fehlen, mit ihm war nie zu verzweifeln. Hätte man den braven Leuten gesagt, daß eine Vulkaneruption dieses Land verwüsten, daß es in die Tiefen des stillen Ozeans versinken werde, sie hätten gewiß gerufen, »Ohoho, Cyrus ist ja da!« In Folge des Transportes war der Ingenieur aufs Neue einer tiefen Erschöpfung verfallen und konnte man für den Augenblick wenigstens sich keinen Rat von ihm erholen. Das Abendbrot fiel notwendigerweise sehr mager aus. Nicht nur hatte man das Thetrafleisch bis zur Neige aufgezehrt, sondern man besaß auch keine Mittel, ein Stück Wild zuzurichten. Der Vorrat von Kurucus war verschwunden, und nun wurde guter Rat teuer. Vor allem schaffte man Cyrus Smith in den mittleren Raum der Höhle. Dort gelang es ihm, aus trocken gebliebenen Algen und Varigbüscheln ein leidliches Lager zurechtzumachen. Der tiefe Schlaf, der ihn umfing, versprach er, seine Kräfte schneller wiederherzustellen, als das eine, wenn auch reichliche Nahrung vermocht hätte. Die Nacht sank herab, und mit ihr kühlte sich die Luft merklich ab, da der Wind inzwischen nach Nordosten umschlug. Da nun das Meer gleichzeitig Pencroffs Verschluß zwischen den einzelnen Lücken der verschiedenen Abtheilungen hinweggespült hatte, so entstand ein Luftzug, der den Aufenthalt in den Kaminen sehr unbehaglich machte. Der Ingenieur wäre gewiß sehr übel daran gewesen, wenn seine Genossen sich nicht ihre entbehrlichen Kleidungsstücke entledigt und jenen sorgsam damit zugedeckt hätten. Das Abendbrot bestand an diesem Tage nur aus den unvermeidlichen Steinmuscheln, welche Harbert und Nab in reichlicher Menge am Strand einsammelten. Zu diesen Mollusken fügte der junge Mann noch eine gewisse Quantität essbarer Algen, die er auf dem hohen Felsen, deren Wand das Meer nur bei der Springflut benetzte, antraf. Diese zu der Familie der Meeresgräser gehörende Art schwimmenden Tanks bildete eine gallertartige, ziemlich nahrhafte Masse. Nachdem der Reporter und seine Gefährten nicht wenige Steinmuscheln verzehrt hatten, kosteten sie jenen Tang und fanden ihn von ganz erträglichem Geschmacke. Derselbe gehört übrigens an den asiatischen Küsten zum nicht geringsten Theile zur Nahrung der Eingeborenen. »Ganz gleich, sagte der Seemann, es ist Zeit, daß Mr. Cyrus uns zur Hilfe kommt.« Inzwischen wurde die Kälte recht lebhaft, und kein Mittel besaß man, sie zu bekämpfen. Durch alle möglichen Mittel versuchte der wirklich genarrte Seemann, sich Feuer zu verschaffen. Nab half ihm treulich dabei. Er hatte einige trockene Moose gefunden und schlug über diesen zwei Kiesel aneinander, welche wohl Funken gaben, aber nicht hinreichend, um das etwas schwer entzündliche Moos in Brand zu setzen, mit einem Worte, der Versuch mißlang trotz aller darauf verwendeten Mühe. Obwohl Pencroff kein Vertrauen zu dem Verfahren hatte, so ging er doch auch daran, nach Art der Wilden zwei Hölzer aneinander zu reiben. Hätte die von Nab und ihm ausgeführte Bewegung sich entsprechend den neueren Theolin in Wärme umgesetzt, so mußte diese wohl hinreichen, einen Dampfkessel zum Sieden zu bringen. Aber das hieraus entspringende Resultat war gleich null. Die Holzstücke erwärmten sich wohl etwas, aber noch weit weniger als die Arbeitenden selbst. Nach einer Stunde fruchtloser Bemühung warf Pencroff die Holzstücke ärgerlich beiseite. »Wenn mir wieder einer weismachen will, daß sich die Wilden auf diese Weise Feuer verschaffen, sagte er, so wird's mir gleich darum selbst warm, selbst im Winter, da bringe ich doch noch eher meine Arme in Flammen, wenn ich sie übereinander reibe.« Dennoch hatte der Seemann Unrecht, dieses Verfahren ganz zu leugnen. Es steht fest, daß die Wilden sich durch rasche Reibung zweier Holzstücke Feuer zu entzünden verstehen. Einmal eignet sich aber nicht jedes beliebige Holz hierzu, und dann verlangt es auch einen gewissen Kunstgriff, der Pencroff wahrscheinlich fehlte. Pencroffs üble Laune war übrigens nicht von langer Dauer. Harbert hatte die von ihm weggeworfenen Holzstücke aufgenommen und tat sein Möglichstes, sie nach besten Kräften zu reiben. Der robuste Seemann konnte sich des Lächelns nicht enthalten, als er bemerkte, daß der junge Manta etwas zu erreichen versuchte, wo es ihm selbst fehlgeschlagen war. »Immer reibe, mein Junge, reibe nur zu!«, sagte er. »Ich reibe,« entgegnete Harbert lächelnd, »nur mit der Absicht, mich selbst warm zu machen, und das wird mir bald ebenso gelungen sein wie dir, Pencroff.« Das geschah dann auch. Leider mußte man für diese Nacht auf Feuer vollkommen verzichten. Gedeon Spilett wiederholte zum zwanzigsten Male, daß Cyrus Smith einer solchen Kleinigkeit wegen nicht in Verlegenheit sein werde. Geduldig streckte er sich auf sein Lager im Sande. Harbert, Nab und Pencroff folgten ihm nach, während Top zu Füßen seines Herrn schlief. Als der Ingenieur am Morgen des 28. März erwachte, sah er seine Gefährten neben sich, die seinen Schlaf bewachten, und so wie tags vorher waren seine ersten Worte »Insel oder Festland?« Man erkannte, daß das zur fixen Idee bei ihm geworden war. »Schön, schön,« antwortete Pencroff, »wir wissen darüber nur leider noch nichts, Mr. Smith. « »Das wißt Ihr noch nicht?« »Wir werden es aber sofort erfahren,« fügte Pencroff hinzu, »wenn wir Sie als Lotsen durch dieses Land haben werden.« »Ich glaube im Stande zu sein, das unternehmen zu können,« erwiderte der Ingenieur, erhob sich ohne große Anstrengung und blieb auch stehen. »Das ist ja prächtig,« rief der Seemann. »Doch komme ich bald vor Erschöpfung um,« sagte Cyrus Smith, »gibt mir etwas zu essen, meine Freunde, dann wird's zurücker sein. Ihr habt doch Feuer, nicht wahr?« Auf diese Frage folgte keine sofortige Antwort, doch sagte Pencroff nach einigen Augenblicken, »Ach nein, wir haben kein Feuer, Mr. Cyrus, oder vielmehr, wir haben keines mehr.« Der Seemann erzählte, was sich am Tage vorher zugetragen hatte, und erheiterte den Ingenieur weitlich durch seinen drastischen Bericht über das einzige Zündhölzchen und seinen vergeblichen Versuch, nach Art der Wilden Feuer zu machen. »Das werden wir uns gut überlegen müssen,« antwortete der Ingenieur, »und empfahle wir keine Substanz, wie etwa Schwamm, entdecken.« »Nun dann?« fragte der Seemann. »Nun dann machen wir uns Streichhölzchen.« »Chemische!« »Chemische!« »Das ist das eine nicht schwerer als das andere,« bemerkte der Reporter und schlug dem Seemann auf die Schulter. Dieser fand die Sache gar nicht so einfach, widersprach aber nicht. Alle gingen hinaus, da das Wetter recht freundlich geworden war. Hell glänzte die Sonne über dem Meer und vergoldete die Vorsprünge der Felsenmauer mit blitzenden Lichtern. Nachdem er einmal schnell umhergeblickt hatte, setzte sich der Ingenieur auf einen Felsblock. Harbert bot ihm eine Handvoll Miesmuscheln und Seetang an. »Das ist alles, was wir besitzen, Mr. Cyrus,« sagte er. »Ich danke, mein Sohn,« antwortete Cyrus Smith, »für diesen Morgen genügt es ja.« Mit Vergnügen verzehrte er diese magere Nahrung, die er mit etwas Frischem in einer großen Muschel aus dem Flusse geschöpften Wasser benetzte. Schweigend umstanden ihn seine Gefährten. Nachdem sich Cyrus Smith, so gut es eben anging, gestärkt hatte, kreuzte er die Arme und sagte, »Meine lieben Freunde, ihr wisst also nicht, ob das Schicksal uns nach einer Insel oder einem Festlande geworfen hat.« »Nein, Mr. Cyrus,« antwortete der junge Mann. »Morgen werden wir uns darüber klar werden,« fuhr der Ingenieur fort, »bis dahin ist nichts zu machen.« »Doch,« versetzte Pencroff. »Was denn?« »Feuer,« sagte der Seemann, der auch seinerseits von einer fixen Idee geplagt wurde. »Darum sorgen Sie sich nicht, Pencroff,« erwiderte Cyrus Smith. »Als ihr mich hierhertrugt, glaubte ich im Westen einen höheren, die ganze Umgebung beherrschenden Berg zu sehen.« »Gewiß,« bestätigte Gedeon Spilett, »einen Berg von sehr beträchtlicher Höhe. »Gut,« unterbrach ihn der Ingenieur, »morgen besteigen wir dessen Gipfel und halten Umschau. Bis dahin, wiederhole ich, ist nichts zu tun.« »Und doch, wir müssen Feuer machen,« wiederholte auch nochmals der Seemann. »Das Sollen wird ja geschehen,« erwiderte Gedeon Spilett. »Nur etwas Geduld, Pencroff.« Der Seemann maß Gedeon Spilett mit einem eigenthümlichen Blicke, so als wollte er sagen, wenn's nur auf den ankäme, würden wir noch lange auf ein Stück Braten zu warten haben. Doch er schwieg. Cyrus Smith hatte bei diesem Zwiegespräch kein Wort fallen lassen. Die Frage wegen des Feuers schien ihn nur wenig zu bekümmern. Einige Augenblicke blieb er in Gedanken versenkt, und dann begann er, »Meine Freunde, wir befinden uns zwar in einer recht bedauerlichen Lage, doch ist diese sehr einfach. Entweder beherbergt uns jetzt ein Festland, dann werden wir um den Preis größerer oder geringerer Anstrengung, irgendeinen bewohnten Punkt zu erreichen suchen. Oder aber, wir sind auf einer Insel. Im letzteren Falle ist zweierlei möglich. Entweder hat sie Bewohner, dann werden wir uns mit denselben so gut als möglich abfinden müssen. Oder sie ist wüst, dann gilt es uns mit eigenen Kräften zu helfen. »Gewiß liegt das auf der Hand,« meinte Pencroff. »Doch ob Festland oder Insel,« fragte Gedeon Spilett, »wohin meinen Sie überhaupt, Mr. Cyrus, daß uns dieser Orkan verschlagen habe?« »Ganz genau kann ich das natürlich nicht wissen,« entgegnete der Ingenieur, »doch sprechen alle Annahmen für ein Land des Pazifischen Ozeans. Als wir Richmond verließen, wehte der Wind aus Nordosten, und seine Stärke macht es wahrscheinlich, daß er diese Richtung auch beibehalten hat. Danach fähren wir über die Staaten North Carolina, South Carolina und Georgia, über den mexikanischen Golf und Mexiko selbst, und endlich über einen Theil des stillen Ozeans geflogen. Die vom Ballon zurückgelegte Entfernung schätze ich nicht unter sechs bis siebentausend Meilen. Im Falle der Richtung des Windes aber sich etwas geändert hat, so müßte er uns entweder nach dem Mendana Archipel oder nach den Pomotu Inseln, hätte er aber noch eine größere Geschwindigkeit besessen, als ich annehme, vielleicht nach Neuseeland geführt haben. Sollte sich letztere Annahme bestätigen, so würden wir leicht nach Hause zurückkehren können. Ob Engländer oder Maoris, wir treffen auf jeden Fall Menschen. Gehört diese Küste im Gegenteil aber zu einer wüsten Insel eines mikronesischen Archipels, was von dem Berggipfel im Inneren aus vielleicht zu erkennen ist, so werden wir uns hier, so die Besseres. – Besser ist, entgegnete der Ingenieur, zuerst den schlimmsten Fall ins Auge zu fassen, dann kann jeder Zufall unsere Lage nur noch verbessern. – Sehr wahr, bemerkte der Seemann. Zudem steht so offen, daß diese Insel, wenn es überhaupt eine solche ist, nicht ganz und gar außerhalb der gewöhnlichen Schiffstraßen liegt. Das hieße sonst wahrlich unglücklich spielen. – Woran wir sind, können wir vor Besteigung jenes Berges zunächst nicht wissen, antwortete der Ingenieur. – Doch, Mr. Cyrus, fragte Harbert, werden Sie morgen schon imstande sein, sich der Strapaze einer Besteigung auszusetzen? – Das hoffe ich, mein junger Freund, erwiderte der Ingenieur, in der Voraussetzung freilich, daß Meister Pencroff und du euch als geschickte Jäger erweist. – Mr. Cyrus, antwortete der Seemann, da Sie vom Jagen sprechen, wenn ich es ebenso gewiß wäre, bei der Rückkehr ein Stück Wild hier braten zu können, wie ich es bin, ein solches heim zu bringen. – Bringen Sie nur solches, Pencroff, fiel ihm Cyrus ins Wort. Man kam demnach überein, daß der Reporter und der Ingenieur zum Zweck der Untersuchung der nördlicheren Küste und ihres Oberlandes zurückbleiben. Nab, Harbert und der Seemann aber nach dem Walde gehen sollten, um sowohl den Holzvorrat wieder zu erneuern, als auch alles andere niederzumachen, muß ihnen von Vögeln oder Vierfüßlern an eßbarem Wilde in die Hände fiele. Gegen zehn Uhr morgens brachen sie auf, Harbert voll Vertrauen, Nab sehr lustig, Pencroff die Worte murmelnd, wenn ich bei meiner Rückkehr im Hause Feuer antreffe, dann hat es der Blitz in höchst eigener Person angezündet. Alle drei gingen längs des Ufers bis nach der Stelle, wo der Fluß den scharfen Winkel bildete. Dort blieb der Seemann stehen und sagte zu seinen Begleitern, »Was beginnen wir zunächst, die Jagd oder das Holz sammeln?« »Die Jagd, die Jagd!« drängte Harbert. »Topp spürt ihr schon umher?« »Nun gut,« versetzte der Seemann, »so fassen wir hier unseren Holzvorrat später.« Harbert, Nab und Pencroff bewaffneten sich hierauf mit abgebrochenen Tannennesten und folgten Top, der in dem hohen Grase voraussprang. Statt dem Flußufer weiter zu folgen, drangen die Jäger diesmal tiefer in das Innere des Waldes ein, welches überall dieselben, meist zur Familie der Fichten gehörigen Baumarten zeigte. An manchen Stellen verrieten einzelne oder in kleineren Gruppen stehende Fichten von beträchtlichem Umfange, daß dieses Land wohl unter höheren Breitengraden liegen möchte, als der Ingenieur es annahm. Einige mit gestürzten Stämmen bedeckte Waldblößen versprachen einen unerschöpflichen Vorrat von Heizmaterial. Weiterhin standen die Bäume wieder dichter, so daß man nur mit Mühe zwischen ihnen hindurchdringen konnte. Da es schwierig erschien, sich in diesem Baumlabyrinthe zurechtzufinden, bezeichnete der Seemann den eingeschlagenen Weg durch halb abgebrochene Äste. Vielleicht hatten die Jäger aber unrecht gethan, nicht dem Wasserlaufe nachzugehen, so wie Harbert und Pencroff bei ihrem ersten Ausflugge, denn schon war eine Stunde verlaufen, ohne daß ihnen irgendein Stück Wild zu Gesicht kam. Wenn Top unter den niedrig hängenden Zweigen hinlief, scheuchte er nur Vögel auf, die man nicht erlangen konnte. Selbst Kurukus blieben vollkommen unsichtbar, und es erschien dem Seemanne nicht unwahrscheinlich, sich zur Rückkehr nach jener sumpfigen Stelle genötigt zu sehen, an der er mit der Tetraangelei so entschiedenes Glück gehabt hatte. Nun, Pencroff, sagte Nab mit leicht spöttelndem Tone, wenn das das ganze Wild ist, das Sie meinem Herd nach Hause zu bringen versprachen, dann wird es kein großes Feuer zum Braten nöthig haben. Nur Geduld, Nab, erwiderte der Seemann, an Jagdbeute soll es uns bei der Rückkehr nicht fehlen. »Sie haben also kein Zutrauen zu Mr. Smith? « »O doch. »Sie glauben aber nicht daran, daß uns Feuer verschaffen wird?« »Das glaube ich erst, wenn ich es auf dem Herde flackern sehe. « »Mein Herr hat's aber gesagt, es wird also der Fall sein.« »Wir werden ja sehen.« Noch hatte die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel nicht erreicht. Man zog also weiter, wobei Harbert zunächst einen Baum mit essbaren Früchten entdeckte. Es war das eine Pinie, welche eine ausgezeichnete, in den gemäßigten Theilen Amerikas und Europas hochgeschätzte Kernfrucht liefert. Die Früchte erwiesen sich eben als vollkommen reif und Farbert im Fall sie seinen beiden Begleitern, welche sich darein ein Gütchen taten. »Nun, meinte Pencroff, Algen anstelle des Brotes, rohe Miesmuscheln an der des Fleisches und Mandeln zum Nachtisch, so klingt die passende Speisekarte für Leute, die kein einziges Zündhölzchen mehr besitzen.« »Darüber ist auch noch nicht zu klagen,« erwiderte Harbert. »Ich beklage mich auch nicht, mein Junge,« entgegnete Pencroff, »ich wiederhole nur, daß das Fleisch bei dieser Diät etwas grad zu sehr mangelt.« »Das scheint Tops Ansicht nicht zu sein,« rief Nab, der auf ein Dickicht zusprang, in welchem der Hund eben Wellen verschwand und ihm ein eigentümliches Grunzen antwortete. Der Seemann und Harbert folgten Nab. Wenn man ein Stück Wild erlegen kann, so war jetzt nicht die richtige Zeit, darüber zu streiten, ob man es werde braten können oder nicht. Bald holten die Jäger Top ein und sahen, wie diese ein Tier an dem einen Ohre gepackt hatte. Es war dies eine Art Schwein von etwa zwei und eineinhalb Fuß Länge, schwarz-brauner, am Bauche hellerer Farbe, mit starren, aber nicht sehr dichten Borsten, dessen Fußzehen, welche jetzt kräftig in den Boden eingeschlagen waren, durch eine Schwimmhaut verbunden erschienen. Harbert glaubte in diesem Thiere einen Kavijai oder ein sogenanntes Wasserschwein, d.h. ein Exemplar der größten Nagerfamilie zu erkennen. Der Kavijai verteidigte sich nicht sonderlich gegen den Hund und rollte nur seine hinter dicken, fettringen, halb versteckten Augen hin und her. Menschen sah er vielleicht überhaupt zum ersten Male. Als Nab aber seinen Stock eben fester packte und dem Nager zu Leibe gehen wollte, entriß sich dieser Top's Zähnen, in welchen nur die Spitze eines Ohres zurückblieb, grunzte heftig, stürzte auf Harbert los, rannte diesen halb um und verschwand im Gebüsche. »Na, der Schurkel!« rief Pencroff. Alle folgten einigst Top's Spuren, und als sie diesen eben einholten, sahen sie jenes Tier unter das Wasser eines ausgedehnten, von hundertjährigen Fichten umstandenen Sumpfes tauchen. Verwundert blieben Nab, Harbert und Pencroff stehen. Top war in das Wasser nachgesprungen, aber der auf dem Grunde desselben versteckte Kavijai ließ sich nicht erblicken. »Warten wir ein wenig,« sagte der junge Mann, »er muß bald einmal emportauchen, um Atem zu schöpfen.« »Wird er nicht ersaufen?« fragte Nab. »O nein,« antwortete Harbert, »er hat ja Schwimmfüße und faßt die Natur einer Amphibie. Wir wollen ihm aber aufpassen.« Top schwamm noch immer im Wasser. Pencroff und seine Gefährten besetzten an geeigneten Stellen das Ufer, um dem Kavijai den Rückzug abzuschneiden. Harbert täuschte sich nicht. Nach einigen Minuten kam das Tier wieder auf die Oberfläche. Top stürzte, so schnell er konnte, auf dasselbe zu und hinderte es, wieder unterzutauchen. Einen Augenblick nachher hatte er dasselbe zum Ufer geschleppt, wo es einem Stockschlage Nab's erlag. »Hurra!« rief Pencroff, der gern ein Triumphgeschrei erhob. »Nun bloß noch eine glimmende Kohle, und der Nager soll bald selbst auf die Knochen abgenagt sein.« Pencroff lud den Kavijai auf die Schulter, und da er dem Sonnenstande nachglaubte, daß es gegen zwei Uhr sei, veranlaßte er die Heimkehr. Top's Instinkt kam den Jägern trefflich zustatten, die, von jenem geführt, leicht ihren Weg widerfanden. Eine halbe Stunde nachher erreichten sie schon die Biegungen des Flusses. Ebenso wie das erste Mal machte Pencroff eine Holzladung zurecht, eine Arbeit, die ihm trotz des noch mangelnden Feuers geboten erschien, und so gelangte man, das Floß auf dem Wasser hinleitend, nach den Kaminen zurück. Noch fünfzig Schritte davor blieb der Seemann stehen, und mit erneutem Triumphgeschrei wies er nach der Ecke, an der sich die Wohnung befand. »Hobbert! Narb! Das seht einmal!« rief er. Ein lustig wirbelnder Rauch stieg über die Felsen empor.